Die Pink GmbH Thermosysteme aus Wertheimer Main ist Hersteller von kundenspezifischen Vakuum-, Löt- und Sinteranlagen sowie Plasma- und Trocknungsanlagen. Dieses Jahr präsentieren wir auf der Produktronika unsere Labor-Lötanlage, die Vado 100, und unsere Serien-Sinteranlage, die SIN 200+. 2015 haben wir auf der Produktronika die Sinteranlage zum ersten Mal ausgestellt und seither viele Anfragen erhalten und spannende Projekte zum Thema Sinteran erfolgreich abgeschlossen. Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass die Sinter-Technologie erst gerade ihren Weg vom Labor in die Serie findet und noch keine Standards etabliert sind. Das heißt, viele unserer Kunden stehen noch vor der Frage, ob Sinteran für sie überhaupt in Frage kommt. Aus unserer Sicht lohnt sich Sinteran immer nur bei einer ganzheitlichen Betrachtung sowohl der Fertigungslinie als auch des Systems, in dem Sinteran später eingesetzt werden soll. Das Hauptargument für Sinteran ist schlichtweg die Kostenreduktion. Denn durch den höheren Schmelzpunkt und die besseren Materialeigenschaften von Silber oder Kupfer im Vergleich zu Weichloten können die Temperaturen bzw. Ströme im Leistungsmodul erhöht werden und somit Halbleiterkosten, Bauraum und Gewicht eingespart werden. Wenn also der Kunde für sich erkannt hat, dass die Sinter-Technologie bzw. die Vakuum-Technologie für ihn das wirtschaftlichere Verfahren hat, dann begleitet PING den Kunden bei allen weiteren Schritten. Vor der Kaufentscheidung, während sich das Kundenprodukt noch in der Designphase befindet, unterstützen wir unsere Kunden im Hinblick auf Fertigbarkeit der unterschiedlichen Konzepte und bewerten diese. Das betrifft vor allem den Durchsatz, aber auch die Qualität. Ja und während dieser Phase werden auch notwendige Anlagenmodifikationen mit dem Kunden entwickelt und Testreihen zusammen mit dem Kunden durchgeführt. Auch die ersten Qualifizierungsmuster für Zuverlässigkeitstests werden wie während dieser Phase bei PING hergestellt. Nach der Kaufentscheidung, während sich die maßgeschneiderte Anlage bei uns in der Konstruktion bzw. Fertigung befindet, unterstützt die Applikation den Kunden parallel bei der Prozessentwicklung. Während dieser Phase werden auch weitere Qualifizierungsmuster aufgebaut, aber aus unserer Sicht ist es auch notwendig, die Standzeit von Lothilfen und Sinter-Werkzeugen zu ermitteln und diese gegebenenfalls zu optimieren. Wir haben erkannt, dass die Applikationsleistungen einen enormen Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden darstellen und sind deshalb dabei, diesen Bereich kontinuierlich weiter auszubauen. Und aus diesem Grund befindet sich ein eigenes Applikationszentrum, derzeit im Bau und wird Anfang 2018 eröffnet. In diesem Gebäude haben wir mit einem Sauberraum, mit moderner Laborausstattung auch die Möglichkeit, unsere Applikations-Services weiter zu verbessern und so unseren Kunden noch besser helfen zu können. Aber auch die Eigenforschung und Eigenentwicklung sollen dort vorangetrieben werden. Mit all diesen Möglichkeiten freuen wir uns auf neue, spannende Projekte und Herausforderungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017